Krieg Krieg Noch immer und immer schlimmer. Längst schon werden nicht mehr wie am Anfang nur strategische Ziele bombardiert. Längst schon werden Häuser angegriffen, Theater, Schulen, Krankenhäuser. Mariupol, diese einst blühende, vibrierende Stadt, liegt weitgehend in Schutt und Asche. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, Familien zerrissen, zertrennt, Kinder oft alleine, Eltern in Bunkern sitzend oder in U-Bahn-Schächten unter der Erde in Angst. Absoluter Wahnsinn. Und es gibt eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft überall in Europa. Es wird geholfen, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Millionen sind jetzt schon untergekommen und brauchen wahrscheinlich längerfristig Schutz. Es gibt sehr viel Anteilnahme und mir scheint, es braucht mehr. Es genügt nicht, mit den Farben eines Landes herumzulaufen. Es genügt nicht, mehr Waffen, mehr Militär, ein Sonderetat für die Bundeswehr zu fordern. Sondern es ist nötig, dass wir darüber sprechen, nachdenken, wie konnte es zu diesem Krieg kommen und wie kommen wir wieder da raus. Und ich möchte an den Anfang eine These stellen, die sicher für viele provozierend ist. Denn meine Behauptung ist, wir alle sind mitbeteiligt. Längst ist es nicht mehr so im Zeitgeschehen, dass man auf andere zeigen kann und sagen, ihr seid das, ihr wart das ganz alleine. Sondern es scheint mir nötig zu gucken, was alles hat zu diesem Krieg mit beigetragen und was können wir tun, damit sich das ändert. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, Putin. Russland hat die Ukraine angegriffen, völkerrechtswidrig. Das ist absolut unentschuldbar. Das ist eine Aggression. Das ist ein Massenmord im 21. Jahrhundert durch nichts zu rechtfertigen. Und wenn wir aus westlicher Sicht nach Russland gucken, dann sehen wir deutlich, wie dort ein Regime sich Jahr für Jahr verhärtet hat. Gerade auch in der Amtszeit des Präsidenten Putin von einer noch offeneren Politik am Anfang immer mehr zu einer engen, zunehmend totalitären nationalistischen Politik übergegangen ist. Russland, ein Land, das den Zusammenbruch des Sozialismus insofern nicht wirklich verkraftet hat, als das, was damals nötig gewesen wäre. Nämlich die Frage, wie beteiligt man alle Menschen an einem wirtschaftlich, politisch und kulturell überzeugenden neuen Gemeinwesen, auch an den Werten, die in dieser Sowjetrepublik entstanden, Sowjetunion entstanden waren. Das ist nicht gelungen. Die Privatisierung führte zu einer Oligarchisierung. Es sind wenige mächtige Oligarchen, die dieses Land ökonomisch und in hohem Maße auch politisch bestimmen. Und es ist Putin, der mit bestimmten Systemen von Abhängigkeit, auch von Korruption, diese Oligarchen wie sozusagen an Fäden führt und von ihnen geführt wird. Dieses Gesellschaftsmodell hat an Attraktivität Jahr für Jahr verloren. Es ist ökonomisch nicht attraktiv. Es lebt von den Bodenschätzen und nicht von neuer Wertschöpfung. Es ist politisch nicht attraktiv. Es gibt keine Demokratie mehr in Russland und auch kulturell nicht. Alle abweichenden Stimmen werden ausgeschaltet. Viele Journalisten, viele Regimegegner wurden ermordet, sind verschwunden, wurden eingesperrt. Alle kennen die Namen. Ich nenne beispielhaft nur Boris Nemtsov. Ich nenne Anna Politkovskaya. Ich könnte viele, viele andere nennen. Und die Zivilgesellschaft wird mit jedem Jahr mehr unterdrückt. Es ist kaum noch möglich, sich in Russland unabhängig gegen die Regierung zu stellen. Krieg zu nennen ist jetzt verboten. Es ist eine Straftat. Journalisten gehen dafür ins Gefängnis. Menschen gehen auf die Straße mit Plakaten, werden sofort eingesperrt. Das ist Russland heute. Und dieses Russland heute, sozusagen Verlust jedweder Attraktivität seines Gemeinwesens, hat sich mehr und mehr verlegt auf ein Träumen von verflossenen Zeiten, von einer vergangenen Größe, einem Imperium, das es längst nicht mehr gibt. Und das ist die Politik, die Putin im Kern verfolgt, dieses russische Imperium wiederherzustellen. Mit der gefährlichen, mit der völlig inakzeptablen Idee. Überall da, wo Russisch gesprochen wird, überall da, wo Russisch einmal gesprochen wurde, überall da solle ja müsse Russland sein. So auch die Argumentation gegenüber der Ukraine, die aus russischer Sicht gar nicht als eigenes Land wirklich anerkannt wird, obwohl sie sich 1990 völkerrechtskonform durch eine Volksabstimmung unabhängig erklärt hat, sondern die Russland eigentlich nur als ein Grenzland betrachtet. Also es ist Russland, es ist Putin. Und ich würde eins gerne noch zu Putin sagen, weil wenn man ihm ins Gesicht blickt, dann kann man über die mehr als 20 Jahre seiner Machtausübung jetzt sehen, wie dieser Mensch sich verändert hat. Und was mit ihm passiert ist, das ist ein Stück weit diese überall zu beobachtende, dieser Kältetod, würde ich sagen, des Totalitarismus. Also dieses Ersterben des eigentlich Menschlichen durch die Macht. Ein Mensch, der immer weniger Begegnungen mit normalen Menschen hat, immer mehr nur noch von Paladinen umgeben ist, von Ja-Sagern, von Abhängigen, von Untergeordneten. Ein Mensch, der zusätzlich unglaublich virophob ist, das heißt Angst vor dem Coronavirus hat, über zwei Jahre kaum noch lebendige Menschen wirklich getroffen hat, vielleicht auch niemanden mehr in den Arm genommen, von niemandem in den Arm genommen wurde, sondern alle auf Distanz, alles aus Entfernung. Und damit diesen kalten, diesen beherrschen wollenden Blick gegenüber der Wirklichkeit zunehmend entwickelt hat, den wir jetzt in seinen Worten, in seinen Gedanken, in seinen Taten sehen. Und trotzdem genügt es nicht zu sagen, wir sind gegen Russland und wir sind für die Ukraine, wir sind untrennbar solidarisch an der Seite der Ukraine. Das Geschehen ist komplexer und was mich so, wie soll man sagen, tragisch berührt zurzeit, das ist, dass die Menschen, mit denen ich rede, eigentlich immer viel zu schnell in einem Lager landen. Sie stehen auf dieser oder jener Seite, sie werden Partei durch ihre Art des Sprechens und Denkens. Und ich glaube, dass das Erste, was wir überwinden müssen, was wir nicht dürfen in Zeiten des Krieges ist, Partei zu werden, das Blame Game zu spielen, den einfachen Wahrheiten aufzusitzen und dann mit dem Schwert gegen die Verantwortlichen anzurennen. Sondern wir müssen das komplexer verstehen und deshalb ein zweiter Strang Wirklichkeit. Wenn wir aus russischer Sicht blicken, dann ist es so, dass dieses große Imperium Sowjetunion zusammengebrochen ist. Dann ist es so, dass 1989, 90, als in Deutschland die Bürgerinnen und Bürger den Fall der Mauer herbeigeführt haben, den eisernen Vorhang überwunden haben, dass es damals dieses Versprechen gab seitens der NATO, die NATO werde sich nicht nach Osten ausweiten. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich war damals der Berichterstatter des Deutschen Bundestages, des Deutschen Parlamentes zum Einigungsvertrag zwischen Ost und West. Ich weiß auch, was eingewendet wird immer wieder von bestimmten Autoren, die sagen, nein, das ist ja nie im Vertrag festgehalten worden. Und sie haben Recht, denn dieser Vertrag regelt ausschließlich Fragen auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschland und die Frage der polnischen Westgrenze. Nichts anderes regelt dieser Vertrag und trotzdem gab es diese Zusicherung. Baker hat es bestätigt, Genscher hat es bestätigt, früher haben es auch Kohl und Busch bestätigt. Es gab diese Zusicherung, die NATO werde sich nicht nach Osten ausweiten. Not one inch, sagte James Baker. Und was wir damals gemacht haben, ist, wir dachten nach über eine künftige Friedensordnung für ganz Europa. Gorbatschow hat den Begriff des gemeinsamen Hauses Europa entwickelt. Jelzin fragte an, ob Russland Mitglied der NATO werden könnte in einem verwandelten Bündnis, in dem Länder Mitglied sind, die bislang voreinander Schutz gesucht haben, sich gegenseitig jetzt Schutz und Sicherheit garantieren. Wir haben eine Initiative ergriffen für eine neue deutsche Verfassung und haben dort genau das als Artikel reingeschrieben, dass Deutschland Mitglied sein kann eines Bündnisses in dem Staat, dem Staaten angehören, die voreinander Schutz suchen. Sicherheit nicht mehr gegeneinander, sondern mit und füreinander in Europa. Das war die Idee. Daraus entstand zum Beispiel die NATO-Russland-Grundakte. Daraus entstand zum Beispiel die Partnerschaft für den Frieden. All diese Schritte, um die einstigen Blöcke aufzulösen und Europa mehr und mehr in eine Friedensordnung zu überführen. Ich kann jetzt nicht alle einzelnen Schritte aufzählen, aber ich will den Punkt nennen, wo der Bruch erfolgte. Geistig scheint es mir erfolgte er mit 9-11 und damit, dass der Sohn des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Bush, der diese Verhandlungen seinerzeit geführt hatte, George W. Bush, dass er die Entscheidung zog, nun weltweit in den Krieg zu ziehen, den War on Terror. Das war eine Agenda against the axis of evil, wie er es nannte. Das war Afghanistan, Nordkorea, Iran, Irak und Libyen, das damals hintereinander angegriffen werden sollte. Und im Zuge dieser Ideologie wuchs auch das amerikanische Großmachtdenken wieder und die Idee, wir sind die einzige Superpower. Und dann folgte aus russischer Sicht diese Einkreisung. Die NATO dehnte sich Schritt für Schritt weiter nach Osten aus. Das waren übrigens souveräne Entscheidungen unabhängiger Staaten, muss man sagen. Das war nicht alles von langer Hand gesteuert. Aber spätestens als Bush dann beim NATO-Gipfel in Bukarest 2008 den Antrag stellte, nun auch die Ukraine und Georgien mit in die NATO aufzunehmen, da wurde es kritisch. Denn dieser Schritt ging aus russischer Sicht deutlich zu weit und das hat die russische Seite auch deutlich artikuliert. Übrigens haben Deutschland und Frankreich damals gegen die Aufnahme von Ukraine und Georgien gestimmt, weil sie gesagt haben, das wäre wie eine Kriegserklärung an Russland, ähnlich wie damals, als die Russen in Kuba Atomraketen stationierten, das für die amerikanische Seite eine Kriegserklärung war. Also wenn die NATO so nah an die russische Grenze heranrückt, unmittelbar, dann gibt es keine Vorwarnzeit mehr beim Start von Raketen. Dann kann Russland sich nicht mehr angemessen verteidigen. Das heißt, Russland muss, das war allen klar, darauf achten, dass die NATO nicht so weit an die russische Grenze herandringt, solange man noch diese beiden Blöcke in Europa hat. Und das war eigentlich der Beginn dieses immer wieder kälter werdenden Kalten Krieges, den wir heute sehen. Putin hat dann Georgien angegriffen, später 2014 die Krim, dann gab es den Bürgerkrieg in Donetsk und Luhansk und jetzt marschiert Putin, marschiert Russland in die Ukraine ein. Wenn ich jetzt eine dritte Perspektive einnehme, für einen kurzen Moment, dann möchte ich über die Ukraine sprechen. Und das wird jetzt manche vielleicht nicht nur wundern, sondern viele auch schmerzen und sehr viele ärgern. Denn ich glaube, auch wenn deutlich ist, dass die Ukraine das Opfer ist in dieser Situation, wir müssen erkennen, alle tragen ein Stück Anteil am Zustandekommen dieses Krieges. Die Ukraine ist ein Land, in dem es im Osten eine russische Bevölkerung gibt. Mehr als 90 Prozent von Donetsk und Luhansk sind Russen, die dort leben. Genauso wie auf der Krim heute, nicht immer, aber heute ganz überwiegend Russen leben. Das war damals eine Politik von Stalin in der All-Unions-Konferenz mit dem Ziel, die Ukraine nicht so stark werden zu lassen. Und auch andere Republiken nicht so stark werden zu lassen, wurden immer wieder Teile anderer Gebiete zugeschlagen, diesem Gebiet, sodass dort Spannungen gesät wurden mit der Absicht, dass diese Region nicht zu stark werden könnte gegen die Zentralmacht. Das war das Gleiche bei Nagornik-Parabach, das zu 96 Prozent von Armeniern damals besiedelt war, aber zu Aserbaidschan geschlagen wurde. Und wir sehen, wie überall in diesen Regionen, Ossetien gehört auch dazu, wie überall in diesen Regionen nach dem Zerfall der Sowjetunion die Auseinandersetzungen wieder beginnen, die vorher nur eingefroren waren, weil die Menschen sich unterdrückt, fremdbestimmt gefühlt haben, weil sie nie selbst gefragt worden waren. Und das war eigentlich, was nach dem Bürgerkrieg 2014 verabredet worden war, in Minsk I und insbesondere Minsk II, diesen beiden Abkommen, in denen die Ukraine sich verpflichtet hat, diesen Gebieten einen eigenen Status in der ukrainischen Verfassung zu gewähren. In denen die Ukraine sich verpflichtet hat, Wahlen zu ermöglichen in diesen Gebieten, zunächst kommunal, später regional Wahlen, in denen die Ukraine auch sich verpflichtet hat, die russische Sprache als die Sprache der dortigen Bevölkerung anzuerkennen, als offizielle Sprache in diesen Gebieten neben dem ukrainischen. Nichts von alledem ist passiert. Russisch ist verboten. Donetsk und Luhansk wird weiterhin von Kiew aus geführt wie abtrünnige Gebiete. Es wurde ihnen keine Autonomie zugestanden, keine Wahl zugestanden. Nichts von Minsk ist umgesetzt. Und da muss man deutlich sagen, auch das hat beigetragen zu dieser Eskalation, die wir heute haben. Und wenn ich ein Letztes sagen darf, dann ist es der Blick auf uns. Wir in Europa. Wir haben diesen Fall der Mauer dankbar entgegengenommen. Wir haben ungeheuer davon profitiert. Erstmal vor allem ökonomisch. Dann aber auch zum Beispiel durch unsere gewachsenen Reisemöglichkeiten. Die Welt ist viel größer geworden. Sie ist friedlicher geworden. Wir müssen uns nicht mehr so bedroht fühlen. Und wir sehen das auch zum Beispiel am jetzigen Zustand der Bundesregierung, an der Abschaffung der Wehrpflicht, an vielen anderen langfristigen Effekten, die dieser Schritt hatte. Aber wir haben eines nicht gemacht. Wir sind nicht tiefer gegangen. Wir haben die Trennung, die Teilung äußerlich, geografisch überwunden. Wir haben sie nicht politisch, nicht ökonomisch, nicht kulturell überwunden. Wir haben nie nach den eigentlichen Gründen gefragt. Es war eine menschheitliche Auseinandersetzung, die dazu geführt hat, dass ein System stand, dass die Freiheit über alles gestellt, aber die Brüderlichkeit, die Sozialität mit Füßen getreten hat. Und ein System, das die Brüderlichkeit über alles gestellt hat, den Kommunismus, Sozialismus, aber die Freiheit mit Füßen getreten hat, sodass es mehr und mehr wie ein großes Archipel Gulag wurde, während das andere wie ein Riesencasino wurde, in dem jeder Mensch reich werden kann, aber neben seiner Türe andere nicht wissen, wie sie das Jahr noch überleben sollen oder was sie ihren Kindern zum Geburtstag schenken sollen, weil sie einfach kein Geld haben. Und dieses Auseinanderklaffen von Arm und Reich auf der einen Seite und diese Unterdrückung jedes abweichenden Gedanken, jeder abweichenden Idee auf der anderen Seite. Und das Ziel der Geschichte kann nicht sein, dass ein Block, ein System, eine Kraft über die andere siegt. Das Ziel kann nur sein, dass wir die Gründe, die hinter dieser Konfrontation stehen, begreifen und dass wir anfangen zu lernen, wie wir Freiheit, Demokratie und Solidarität oder Sozialität miteinander realisieren. Und zwar insbesondere in Europa. Europa ist nicht Ost und Europa ist nicht West. Europa ist Europa, also von Europa aus gesehen ist das die Mitte zwischen Ost und West und muss diese beiden Kräfte integrieren. Europa muss Freiheit garantieren, muss Demokratie entwickeln und sichern. Aber Europa muss eben auch die Sozialität, das heißt die Geschwisterlichkeit im Wirtschaftlichen, das Füreinander-Dasein, das nicht gegeneinander-Kämpfen, nicht den Kampf aller gegen alle, sondern wie können wir durch unser Arbeiten, durch unser Handeln, Gutes schaffen für andere Menschen. Das muss Europa in Freiheit und Demokratie realisieren. Und in dem Maße, in dem wir diese Aufgabe realisieren, werden wir die Spannungen zwischen Ost und West abbauen und werden ein attraktives Modell gewinnen, das nicht Waffen braucht, um verbreitet zu werden, sondern Überzeugungen. Und das wäre der Vorschlag jetzt, wenn wir nach vorne blicken für die Ukraine. Denn ganz klar ist, dieser Krieg wird kein Ende auf dem Schlachtfeld finden. Er kann als Krieg gar nicht gewonnen werden. Putin ist ein Krieg in einen Krieg gezogen, den er nicht gewinnen kann. Ich erinnere keinen Angriffskrieg in den letzten Jahrzehnten, der in diesem Sinne jemals erfolgreich gewesen wäre. Jeder Krieg endet in einem Desaster. Und dieser Krieg muss enden, so schnell wie möglich. Und er kann nur enden durch Gespräche, durch Frieden. Wo könnte eine Lösung liegen? Sie kann nicht darin liegen, die Ukraine nach der einen oder anderen Seite zu zerren, was im Moment passiert. Das Zauziehen zwischen Ost und West führt nur zu einer ständigen Verschlimmerung der Situation. Eine Lösung kann nur darin liegen, der Ukraine von beiden Seiten, von Ost wie West, ihre Autonomie, ihre Selbstbestimmung zu gewähren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dieses Land keine Bedrohung sein kann für andere. Das heißt, eine Neutralität der Ukraine, die von der Völkergemeinschaft garantiert wird, durch UNO-Soldaten, nicht durch die NATO gesichert, das könnte ein Weg aus diesem Krieg sein. Und das Zweite ist Autonomie für Donetsk und Luhansk. Selbstbestimmung, genau wie in Südtirol zum Beispiel, in Italien, wo diese Selbstbestimmung für Südtirol endlich die bewaffneten Aufeinandersetzungen, den Terrorismus, die Gewalt beendet hat, weil es darum geht, dass Menschen selbst über ihr Leben entscheiden können und nicht mehr Unterworfene sind unter eine fremde Macht, nicht mehr Bauernfiguren auf einem Schachbett. Sondern es geht darum, dass wir in Europa, und das ist unser Versäumnis, dass wir diese Idee, Freiheit, Demokratie und Geschwisterlichkeit wirklich zu vereinen, das müssen wir entwickeln, aktiv lernen. Es geht nicht, dass wir ein Wirtschaftsmodell weiter tolerieren, das Ausbeutung und Plünderung der Erde und der Umwelt weiter betreibt, das Kampf aller gegen alle betreibt und auf Dauer mehr Kälte erzeugt als Wärme, mehr soziale Ungleichheit als sozialen Frieden. Und es geht auch nicht, dass wir eine Demokratie haben, in der die Menschen reine Zuschauer sind gegenüber den Ereignissen und nur alle vier oder fünf Jahre ihre Machthaber neu wählen können. Sondern wir brauchen eine Demokratie, die die Bürgerinnen und Bürger wirklich zum Souverän erhebt. Und wir brauchen eine Gesellschaft, in der jeder Mensch frei ist und in der wir die Idee überwinden, einen Menschen beurteilen zu können nach seiner Nationalität, seiner Herkunft, seiner Volkszugehörigkeit. Es muss vorbei sein, dass Länder gegeneinander Krieg führen, dass man sagt, ich schieße auf dich, weil du Ukrainer bist und ich Russe. Jeder Mensch ist ein Individuum, hat die Menschenwürde, unteilbar. Diese Menschenwürde verbindet uns alle und es geht darum, jedem Menschen zu ermöglichen, Frieden und Freiheit zu leben und sein Leben aktiv als Bürger mitzugestalten. Das heißt, lassen Sie uns überall die Hilfe, die jetzt erfolgt, hinaus eintreten dafür, dass Europa eine aktive Rolle in diesen Friedensbemühungen spielt, dass wir vorausdenken, das Modell, in das die Ukraine hineinwachsen kann und in dem die NATO und Russland mehr und mehr an Bedeutung verlieren, weil es um eine neue Ordnung geht. Das ist das Letzte, was ich gerne sagen würde, dass unsere Gedanken die Zukunft vorbereiten. Wir sind nicht Zuschauer der Geschichte. Die Geschichte ist ein Buch, das wir selbst schreiben. Wir lesen nicht nur in ihm, wir schreiben die Blätter der Zukunft. Von unseren Ideen, von unseren Gedanken hängt ab, was sich in Zukunft gestaltet. Und alles das, was wir heute hier finden, worin wir leben, haben Menschen vor uns gedacht. Denken wir heute die Formen, die es braucht, damit die Ukraine, damit Europa als Ganzes, damit langfristig auch Russland und Amerika hineinwachsen können in eine Friedensordnung, in der sich nicht mehr diese beiden Ideologien waffenstarrend gegenüberstehen, sondern in der die Waffen mehr und mehr abgelegt werden können und wir uns friedlich und als Menschen begegnen. Lassen Sie mich ganz zum Schluss noch sagen, Es gibt einen Freund, ehemaliger Mitarbeiter hier am Goethe-Arnum in der Sektion für Sozialwissenschaft. Er hat eine Initiative aufgebaut, unterkunft-ukraine.de. Wer helfen möchte, Menschen, die fliehen müssen, wer ein Bett zur Verfügung stellen kann, ein Zimmer, wer vielleicht helfen kann als Dolmetscher oder Kinder betreuen, der möge sich auf dieser Seite melden. Das haben schon 360.000 Menschen getan und es wächst jeden Tag. Und wer etwas tun will für die Freunde in der Ukraine, für die Menschen, die dort versuchen zu überleben, auch für die anthroposophischen Initiativen, die es dort gibt, der möge die SOFIA-Stiftung unterstützen. Wir werden am Ende dieses Videos die Kontonummer und die Adresse einbenden. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich ein bisschen Zeit genommen haben für diese Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle uns fragen, was kann ich heute und jetzt beitragen, durch konkrete Hilfe, aber auch durch neue Gedanken, durch Gespräche, vielleicht auch durch politische Aktionen, um mitzuhelfen, dass es besser wird.